Wir untersuchen Vermisstenfälle. Einige aktuelle, andere liegen ein paar Jahre zurück. Das Muster ist verstörend. Ich war vorher bei der Vermisstenstelle. Harry Hule. Wir studierten ihre Fälle an der Akademie. Liegen die bereits so weit zurück? Ja, sie sind eine Legende. Ich kann dich nicht länger decken. Es spielt keine Rolle, wie du bist. Sag's mir. Ich denke, er mordet, wenn es anfängt zu schneien. Für wen lässt er den Schneemann da? Schneemänner bauen, Dinge in kleine Stücke zerschneiden, sowas macht ein Kind, um Ordnung zu schaffen. Da hat jemand angerufen. Eine weitere Vermisste. Wir kommen wegen der Vermissten. Wer wird vermisst? Sylvia Utterson. Ich bin Sylvia Utterson. Warum meldet sie jemand als vermisst? Komm und sieh dir den Schneemann an, den ich für dich gebaut habe. Er hat sie als vermisst gemeldet, bevor er sie getötet hat. Nichts davon darf an die Öffentlichkeit. Es war Selbstmord. Ende der Geschichte. Sind Sie sicher, dass er allein war? Wo ist Katrine? Ich hab das hier bekommen. Ich tue das für dich. Es ist persönlich. Er beobachtet uns die ganze Zeit. Er treibt ein Spiel. Er beobachtet uns die ganze Zeit. Er treibt ein Spiel. Er treibt ein Spiel. Er hat mich von mir alle möglichen Hinweise. Er hat mich von mir alle möglichen Hinweise. Er hat mich von mir alle möglichen Hinweise. Vielen Dank.